Hartball TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Hallo, mein Name ist Damian Rosbach, bin 22, bin zu dieser Saison neu gekommen vom FSV Mainz 05 und spiele Linksverteidiger oder Innenverteidiger. Ich bin zum SV Sandhausen gewechselt, da ich hier mir eine neue Perspektive erhoffe, die mir in Mainz so nicht mehr gegeben war in der Profi-Abteilung und ich beim FSV Mainz 05 2 keine Zukunft mehr gesehen habe und hier rechne ich mir ganz gute Chancen aus. Gute Frage, ich wusste eigentlich immer, dass ich Fußballprofi werden würde, das war mir klar, aber ich baue mir momentan auch ein zweites Standbein auf. Ich habe ein Fansstudium absolviert bei der ESD-Fernhochschule als Sportmanager und das werde ich auch weiterführen. Am schlimmsten, gute Frage, ist eigentlich, wenn wir in der Vorbereitung waren, eigentlich eher die Waldläufe, aber im Prinzip ist das alles in Ordnung. Also mein Zimmerpartner im Trainingslager war jetzt zum Beispiel der Rick Wulle, der kommt jetzt auch nach mir dran. Er postet ganz gerne mal, ihr müsst nur auf sein Bizeps schauen und dann wisst ihr Bescheid. Meine Freizeit gestalte ich so, indem ich zu Hause bei meiner Freundin chille oder wir ganz lockere Sachen unternehmen, zum Beispiel in Heidelberg. Da gibt es ja die Altstadt und das ist ganz entspannt, in verschiedenen Cafés oder am Neckar. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.